Herzog ist ein Adelstitel. In Frankreich entspricht er dem D.U.C., in Großbritannien dem D.U.C., in Spanien dem D.U.C., in Italien dem D.U.C.A. und im Portugiesischen dem D.U.C. Die Bezeichnungen in den romanischen Sprachen gehen auf Lateinisch D.U.C.S. Anführer zurück. Geschichte Ursprünglich waren Herzöge germanische Heerführer, die für die Dauer eines Kriegszuges von den freien Männern eines Stammes durch Wahl während eines Tings bestimmt wurden. Üblicherweise wurden Krieger gewählt, die große Erfahrung und hohes Ansehen im Gemeinwesen vorweisen konnten. Meist spielte auch die Größe und die Kampfkraft der Gefolgschaft eine wichtige Rolle. Bekannte germanische Herzöge waren Ariovist, Arminius, Mabod und Widokind. In der Merovinger Zeit waren Herzöge königliche Amtsträger mit vorwiegend militärischen Aufgaben in den von den Franken eroberten germanischen und romanischen Stammesgebieten, die von den merovinglischen Königen nicht ohne Anerkennung einer einheimischen Zwischenmacht ihrer direkten königlichen Herrschaft unterworfen werden konnten. Dazu gehören Alemannien, Bayern, Franken, Aquitanien und die Bretagne. Im Frühmittelalter entstanden im Raum des Fränkischen Reiches erbliche Stammesherzogtümer, die von den Karolin gern aufgehoben wurden, mit dem Niedergang der königlichen Zentralgewalt Ende des 9. Jahrhunderts aber wieder auflebten. Die Stammesherzöge im Ostfrankenreich zu Zeiten Heinrichsi waren in der Regel Mitglieder regionaler Herrscherdynastien, die in einem auf den jeweiligen Stamm bezogenen Gebiet über die dortigen Grafen und Edelherren stellvertretend für den König dessen Rechte ausübten, b. den Herbann führten oder Landtage einberiefen und Gericht hielten. Im 12. und 13. Jahrhundert verwandelten sich die Stammesherzogtümer des Heiligen Römischen Reichs durch Aufspaltung zunehmend in Territorial und Titularherzogtümer. Ein Herzog war danach Herrscher über bestimmte, räumlich oft zerrissene Territorien oder Träger des vom König verliehenen Adelstitels. Welche Grafen und Edelherren seine Oberherrschaft anerkannten war v. a. von der Durchsetzungskraft des jeweiligen Herzogs abhängig. Die Herzogswürde wurde vom König als Lehen vergeben und konnte auch wieder entzogen werden. Den Anfang machte das Herzogtum Bayern, das schon 976 in die Herzogtümer Bayern und Kärnten geteilt wurde. Schwaben folgte 1079 bzw. 1098 und wurde unter die Dynastien der Zeringer und Staufer aufgeteilt. Dann wurde 1156 die Maggrafschaft Österreich aus Bayern herausgelöst, zum Herzogtum erhoben und 1180 auch noch das Herzogtum Steiermark von Bayern abgetrennt. In diesem Zusammenhang ist auch das Herzogtum Meranien zu sehen. Auch der ursprünglich auf ein Stammesgebiet bezogene Titel eines Herzogs von Sachsen wurde auf diese Weise nach 1180 aufgespalten und regional neu zugeordnet. Der Erzbischof von Köln erhielt vom deutschen König den Titel eines Herzogs von Westfalen, während das Fürstenhaus der Askarnier den Titel eines Herzogs von Sachsen für den Ostteil des bisherigen Stammesherzogtums erhielt, ohne sich in diesem Gebiet gegen die örtlichen Grafen durchsetzen zu können. Lediglich für ihre älteren Lehen und für die Neulinn um Lauenburg und Wittenberg setzten sie sich mit diesem Titel durch und wurden seit 1356 dafür Kurfürsten von Sachsen genannt. Nach dem Aussterben der Wittenberger Askarnier belehnte König Sigismund mit dem Herzog- und Kurfürstentum Sachsen 1423 Markgraf Friedrich Lehn, Streitbaren von Meißen, wodurch der sächsische Kurfürsten- und Herzogstitel an die noch viel weiter östlich sitzenden Vertiner, die Markgrafen von Meißen, kam. Der höhere Titel eines Herzogs- und Kurfürsten von Sachsen drängte den Titel des Markgrafen von Meißen in die zweite Reihe. So gelangte der ursprünglich auf das heutige Niedersachsen bezogene Herzogstitel und Landesname in das heutige Land Sachsen um Dresden und Meißen, mit dem er bis dahin überhaupt nichts zu tun hatte. Nach der Schlacht bei Mühlberg 1547 stellten die nun auf Thüringen beschränkten ernestinischen Vertiner ihren dort entstehenden Kleinstaaten auch die Bezeichnung Sachsen voran. Während sich in Bayern der stammesbezogene Herzogstitel seit 1180 auf die Ländereien der Wittelsbacher beschränkte, die ihn seither führten, kam der Titel eines Herzogs von Schwaben seit dem Aussterben der Hohenstufen 1268 völlig außer Gebrauch. Den Ehrentitel Herzog von Franken erhielten die Fürstbischöfe von Würzburg 1168 und führten ihn bis 1803 für ihre fürstbischöflichen Territorien. Zugleich aber traten im Spätmittelalter durch Rangerhebungen verschiedener Fürsten neue dynastisch-territorial definierte Herzogtümer hinzu. Den Anfang machten die 1180 der von ihnen früher besetzten Stammesherzogtümer Sachsen und Bayern verlustig gegangenen Welfen, die 1235 für ihre Erbbesitzungen in Norddeutschland den Titel eines Herzogs von Braunschweig-Lüneburg erhielten. 1348 wurden auch die slawischen Fürsten von Mecklenburg 1339 der Graf von Geldern 1495 der Graf von Württemberg vom König bzw. Kaiser zu Herzögen erhoben. Das Herzogtum Niederlothringen wurde 1190 mit Brabant vereinigt dessen Landgrafen bereits seit etwa 1183 den Herzogtitel führte. In der frühen Neuzeit ebte diese Form der Rangerhöhung ab, stattdessen versuchten seither einige Herzöge, den höherwertigen Kurfürstentitel zu erlangen. Was dem Herzog von Braunschweig-Lüneburg 1692 gelang, dem konkurrierenden Herzog von Württemberg erst 1803, mit der Zerschlagung des Heiligen Römischen Reiches zwischen 1801 und 1806 und der Herrschaft Napoleons über die deutschen Lande erfolgte eine weitere Folge von Rangerhöhungen für anpassungsbereite deutsche Fürsten. Bisherige Herzöge wurden wie der von Württemberg erst zu Kurfürsten, dann zu Königen befördert. Bisherige Fürsten wie die diversen Linien von Anhalt stiegen zu Herzögen auf. Nach dem Sieg über Napoleon führte 1815 der Wiener Kongress der Siegermächte zu einer weiteren letzten Welle solcher Rangerhöhungen, meist bedingt durch Verwandtschaft mit mächtigen Monarchen Europas, insbesondere mit dem russischen Kaiser oder dem König von Preußen, stiegen in den deutschen Ländern einige bisherige Herzöge 1815 zu Großherzögen auf. Auch der Landgraf von Hessen-Darmstadt und der Markgraf von Baden wurden 1806 zu Großherzögen erhöht. Großherzöge zeichnete vor allem das Recht aus königliche Privilegien wahrzunehmen. Ihre Titulatur war demnach auch königliche Hoheit. Heute führt nur noch der Monarch von Luxemburg den Titel eines Großherzogs von Luxemburg. Als Besonderheit existierte bis 1918 in Österreich die Titulatur eines Erzherzogs. Diese wurde ab 1359 geführt und sollte die hervorgehobene Stellung der Herzöge von Österreich gegenüber den anderen Reichsfürsten symbolisieren und diente als Pader zur Würde eines Kurfürsten. Zunächst führten nur die jeweiligen Vorsteher des Hauses Habsburg diesen Titel. Nachdem es aber Usus wurde, einen Habsburger zum deutschen König und römischen Kaiser zu wählen, führten fortan alle habsburgischen Prinzen den Titel eines Erzherzogs. Regierende Herzöge in Deutschland waren zwischen 1815 und 1918 der Herzog von Braunschweig, der Herzog von Anhalt, der nur bis 1866 regierende Herzog von Nassau, der 1890 DK Sekunden souveräne Großherzogtum Luxemburg erbte, der bis 1864 als Herzog von Schleswig, Holstein und Lauenburg regierender König von Dänemark sowie die vertinischen Herzöge von Sachsen-Coburg und Gotha, Sachsen-Meiningen und Sachsen-Altenburg. Außerhalb Deutschlands existierten in Europa auch souveräne Herzogtümer in Italien wie etwa Guastala, Luca, Modena und Parma. Diese Staaten verschwanden 1859. im Zuge der italienischen Einigung und die einstigen Herrscher wurden zu Titularherzögen. Das 1815 anstelle der einstigen Adelsrepublik Genua geschaffene Herzogtum Genua war von vornherein unselbstständiger Bestandteil des Königreiches. Sardinien, Titularherzöge, regierende Monarchen von höherem Rang konnten auch Adelige in den Herzogstand erheben. 1818 war Fürst Meta nicht zum sizilianischen Herzog von Portela ernannt worden. In vielen europäischen Monarchien wurden bzw. werden königlichen Prinzen zusätzlich historische Herzogstitel verliehen. Dies galt für Frankreich bis zum Ende der Monarchie ein 1848-70. und für Portugal entsprechend bis 1910 bzw. Italien entsprechend bis 1946. Es gilt heute noch für Spanien, Schweden, Großbritannien und Luxemburg. Während es häufiger vorkam, dass niedrigerer Adel gegräfft oder gefürstet wurde, ist die bekannteste Erhebung zum Herzog diejenige Otto von Bismarcks zum Herzog zu Lauenburg durch Wilhelm II. ein Titel, den er jedoch aus Protest gegen den Verleiher nicht führte. Daneben wurden in Preußen 1840 Fürst Viktor zu Hohenlohe Schillingsfürst zum Herzog von Ratibor und 1861 Fürst Hugo zu Hohenlohe Oeringen zum Herzog von Ujest erhoben. 1900 wurde ebenfalls in Preußen der Fürst Hatzfeld Drachenberg zum Herzog zu Drachenberg erhoben. König Max I. Josef von Bayern ernannte 1817 seinen Schwiegersohn Juchin-Debeau-Hanaisch zum Herzog von Leuchtenberg. Zu den während des Ancières-Regimes erhobenen Herzögen gehörten die von Angoleme, Anjou, Auvergne, Bourbon, Broglie, Enghien, Gais, Montpensier, Orleans und Vendome. Zudem wurde eine ganze Reihe der Marschelle von Frankreich zu Herzögen erhoben. Auch Kaiser Napoleon setzte diese Tradition mit seinen Marschellen fort, so dass es eine inflationäre Zunahme der Titel wie die eines Herzogs von Albufera, Auerstedt, Belluno, Castiglione, Corneliano, Dalmatien, Danzig, Elchingen, Istrien, Montebello, Ragusa, Reggio, Rivoli, Tarent, Treviso oder Vemigab. Während des Zweiten Kaiserreichs kam es 1859 zur Erhebung des Herzogs von Magenta. Herzöge in Großbritannien gehören zur Piritsch und führen den Titel Duke. Noch existente Titel sind die der Herzöge von Abercorn, Agil, Ethel, Beaufort, Bedford, Buckleuch, Devonshire, Fivegarden, Graf Thorn, Hamilton, Lennox, Marlborough, Montrose, Norfolk, Northumberland, Queensberry, Richmond, Roxburgh, Hay, Somerset, Saverland, Wellington und Westminster. Zwei Personen besitzen mehrere Titel. Der Titel des Herzogs von Lancaster ist direkt mit der britischen Krone verbunden. Derjenige des Herzogs von Cornwall mit dem bestehenden Herzogtum Cornwall. Weitere innerhalb der königlichen Familie vergebene Titel sind die der Herzöge von Cambridge, Edinburgh, Gloucester, Kent, Rhode, Essay und York. Die Titel der Dukes von Albany und Camberland sind suspendiert. Beispiele erloschener bzw. derzeit nicht neu verliehener Titel sind diejenigen der Dukes von Bridgewater, Buckingham, Clarence, Connaught and Strithurn, Dorset, Exeter, Leeds und Portland. Üblicherweise kam es in Portugal zunächst zur Erhebung von Herzögen aus dem Kreis der Mitglieder oder Verwandten des Königshauses. 1415 erfolgte die Ernennung des Herzogs von Coimbra und des Herzogs von Viseu. 1453 entstand der Titel eines Herzogs von Beja für den zweiten Sohn des Königs. Weitere Beispiele portugiesischer Herzogstitel waren diejenigen von Avairu, Braganza, Cadaval, Palmela, Saldana und Terzera. Herzöge in Spanien gehören zu den Granden. Beispiele für zum Teil seit dem späten Mittelalter tradierte Titel sind die von Alba, Albuquerque, Akus, Arion, Benavente, Beja, Cardona, El Infantado, Escalona, Fernan Núñez, Frias, Gandia, Hidja, Medine, Sidonia, Medine, Celi, Montalto, Naira, Osuna, Centis, Bendel, Puerto, Segorbe und Villahermosa. Innerhalb des spanischen Königshauses gibt es die Herzoginnen von Badajoz, Hernani und Soria, Lugo sowie Palma de Mallorca. Weitere Herzogstitel innerhalb des Königshauses waren die von Segovia, Anju und Madrid, Anju und Cadiz sowie Aquitanien. Der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident Spaniens nach dem Tode des Diktators Francisco Franco erhielt nach seinem Rücktritt 1981 den Titel eines Herzogs von Suárez. Der chinesische Titel des Gong wird in der westlichen Übersetzung meist mit dem Herzogs gleichgesetzt. Anrede Die dem Titelinhaber zukommende Anrede war Eure Hoheit, siehe auch, Adelstitel, Adelsstand, Hochadel, Belege, Wolfgang Pfeiffer, Etymologisches Wörterbuch, Online-Ausgabe Version 1. 0,78, Normdaten, GND.